Geht euch einbrechen. Spannter Mops. Ein Gemorgen, heute sind wir nicht allein unterwegs. Wer ist denn da gleich? Und wissen wir was? Gleich ist jetzt. Gemäue übrigens. Das da hinter uns? Morgen. Das ist die Sandra. Und der im Hintergrund, der sich ganz versteckelt hat und liegt dabei wie blöde, das ist der Björn. Aber der ist ein bisschen scheu wie so ein kleines Rehlein. Deshalb lassen wir ihn im Hintergrund. So, wir wünschen euch noch viel Spaß. Alle, ciao. Immer wieder Jones. Jetzt. Hier ist er, dass wir uns auf der Lehmenden dann machen müssen. Das muss ich jetzt mal machen. Ich bin ein Mensch. Der ist ein Mensch. Du bist hier. Demnach geht's so. Und du bist so. Ich bin ein Mensch. Herr, der war eine große Sache. Ich weiß genau, wie du es machen möchtest. Sag du, Mama, wer will? Darf ich jetzt, Mama, fertig? Ja, fertig. Meinst du, ich sollte ihm das sagen? Ja, ihr habt nämlich... Oh ja. Oh ja. Hi. Das ist ein Baum, ein Baum. Ich dachte, es wäre eben noch mal gewachsen. Stopperschmiede! Das ist sehr, 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 sehr. Musik Musik Das ist eine große Katze im Garten, das war so herrlich. So, wir haben es geschafft. Heute war Pausentag, weil heute war Vatertag und überall gab es den Nas lang etwas zu essen und wir haben alles relativ gut genutzt. Ja, die Strecke an sich, die ist eigentlich ganz prima. Also man kann so gut laufen, egal bei Wind und Wetter, bei Sommer und auch bei Regen. Es ist zwar auch offene Fläche dabei, aber die kann man eigentlich recht gemütlich durchschreiben. Ansonsten haben wir natürlich wieder nette Bekleidung, die da dran dabei gehabt. Sogar unser kleiner Schüchterner, der zeigt sich jetzt. Alles annisch und tschau! 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 Jetzt wollte ich, fand ich gemänt, ich hätte die Sonnebrille an. Aber ich muss es ja gar nicht ausziehen, das ist eine normale Brille. Ja, mir bleibt nochmal nicht viel übrig zu sagen, außer ganz liebe Grüße an die liebe Topper. Denn da muss man einfach grüßen, sonst kriege ich nicht Schleform, das will ich nicht. Aber auch an die Zuschauer, auch ganz liebe Grüße. Und ich seh'n dann mal wieder, bis nächste Woche. Tschau! 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 Untertitelung des ZDF, 2020